Wirtschaftslandesrat Christian Buchmann hat die heimische Presse zu einem Mittagessen auf die Burg Oberkapfenberg geladen. Grund dafür ist die Auszeichnung der Steiermark als europäische Unternehmerregion 2013. Ein deutliches Zeichen, dass die heimische Wirtschaft auf einem guten Weg ist. Meine Aufgabe als Wirtschaftslandesrat ist es, die Unternehmungen zu unterstützen, dass sie die bestehenden Mitarbeiter erhalten können und wenn es geht zu wachsen. Und da gibt es auch verschiedenste Initiativen, wo wir in den Regionen dienlich sein wollen. Entlang von 23 Förderungsprogrammen, wenn es beispielsweise um die Stärkung der Nahversorgung geht, haben dann die Konsumenten in den Regionen etwas davon. Oder wenn es beispielsweise um innovative Projekte geht, wo wir Innovationsförderungen anbieten können. Also da gibt es ein breites Bündel von Beratungsleistungen, von monetären Förderungsleistungen, wo wir dienlich sind. Also insgesamt bin ich sehr zuversichtlich, dass wir im Jahr 2013 Beschäftigung halten können und auch aufbauen können. Und dazu tragt auch die Wirtschaft im Bezirk Bok und Mürztuschlag bei. Inwieweit steht es wirtschaftlich hier für uns im Mürztal, für unsere Region? Grundsätzlich durchaus sehr gut. Also die Firmen selber sind von der Auslastung her durchweg sehr gut ausgelastet. Vor allem auch, wo es die mittlere Industriebetriebe sind, da weiß ich selber unmittelbar in meiner Umgebung. Diese Betriebe sind auf ein gutes Jahr bereits jetzt ausgelastet und haben eher Schwierigkeiten, gutes Personal zu finden. Die Facharbeitermangel, den spüren wir natürlich zwangsläufig genauso hier. Damit es der Wirtschaft und somit auch der Region gut geht, bedarf es einiger Rahmenbedingungen. Auch der Wohnungsmarkt darf da nicht unterschätzt werden. Es ist ganz entscheidend, dass wir attraktive und leistbare Wohnungen schaffen. Da haben wir hier in der Region einen ganz großen Standortvorteil. Wir haben sehr günstige Grundstückspreise. Und wenn man sich die Mieten anschaut, liegen diese 30 bis 50 Prozent günstiger als im städtischen Raum. Und ich glaube, das ist eine große Ressource, die wir hier nutzen sollten. Wo sind Sie die Zukunft? Bei welchen Betrieben sind Sie hier die Zukunft? Naja, ich denke, das ist ein gesunder Mix in alle Bereiche. Also von der Industrie angefangen, über Handel, Gewerbe und auch natürlich Tourismus. Wir sind ja gerade heute auf der Burg Oberkapfenberg, was eigentlich, denke ich mal, in ganzem jetzt ein Highlight ist. Und das soll auch in Zukunft besser beworben werden. Geht es der Wirtschaft gut, geht es auch der Region gut und umgekehrt. Diese Synergien gilt es auch in Zukunft verstärkt zu nutzen.